Okay, Boss, ByWare has grown well under your management. I think it's time to move to the company out of the technology park into the building worthy of success. Acht Millionen? Ne, noch nicht. Das ist mir zu viel. Sanification, der hier vorne will ja auch nochmal. Game Report für Battle of Fields. Field of Battles, was auch immer. Oh, komm komm komm. Nein, 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 nein. Nur eine 7. Mist. Okay. 9. 9. 7. Na gut, machen wir das mal. Das ist schade. Er hat mich so ein bisschen, aber naja. Was willst du machen? Kannst nicht viel bei machen. So, jetzt wird er auch noch müde. Sehr gut. Audience, everyone. Game Report. Everyone ist okay eigentlich nur. Military Action Simulation is great. Sound seems to be quite important for this type of game. Quite important, also ist medium, also ist ganz gut. Ähm, es ist neu, es ist neu für den Team. Few more games than we have a higher potential. Okay. Jetzt aber. Wir trainieren hier nochmal. Ähm. Dis. Train. Train. Game Jam. Und du gehst in. Ulo. Gut, äh, noch einmal trainieren. Und Pixel Cup. So, wir haben hier noch ein paar Monate Zeit. Können wir ein neues Spiel machen. Eventuell sogar ein Publishing Deal. Mal kurz gucken. Business. Wild West, any genre. Live. Wie ist denn das mit live? Also wenn wir auf dem Gamelink was machen. Und dann live. Äh. Ich glaube live. Das haben wir eben schon gesagt, ne? Live. Ist eher so aus den Sims, ne? Ne, das lohnt sich ja nicht für uns. Wir machen mal ein neues Spiel. So, komm. Develop a sequel vielleicht sogar. Äh. Fallen. Das ist aus dem Jahr 11. Major PC. Äh. Äh. Ja. Das ist jetzt die Frage. Können wir da, ähm. Was war das denn? Fantasy, ne? Das war Fantasy. Äh. Wenn man es als RPG nimmt. Oder war es Medieval? Medieval. Ah, okay. Äh. Dann muss ich nachdenken. Also ich würde fast vermuten, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn wir daraus ein Adventure noch machen würden. Äh. Vielleicht sogar ein Adventure. Ja, das macht kaum Unterschied. Denke ich mal. Also wir machen ja mal ein Adventure daraus. Plattform. Wieder PC. Engine. Die neue. Fallen 2. So, und jetzt hauen wir mal hier rein. So, äh. Engine ist natürlich hierbei unwichtig. Simple Cutscenes. Alles bestens. Okay. Hier ein bisschen. Ja gut. Obwohl. Wir machen ein Save-Game raus. Gleich mal hier die Bugs reinhauen. Als allererstes hier. Äh. Äh. 320.000 Mal nur verkauft. Aber mit Large Bruce. Gut. Äh. Das nächste. Markt hat sich normalisiert. Das ist auch ganz schön. Ja komm. Hau raus. Hm. Ist nicht so gut gewesen, ne? Battlefield. Oder Field of Battles. Dialoge. Hau rein. AI. Da haben wir noch nichts gemacht. Verdammt. So. Jetzt hier noch eine Woche. Und. Da gibt's jetzt nochmal. Mit unseren riesen Dings. Unsere riesen Convention. Wir machen schon mal ein Sequel. Das ist gar nicht schlecht. Äh. Der Mitarbeiter ist nicht mehr ganz neu. Wir haben ordentlich Hype. Und wir kriegen hoffentlich jetzt auch ordentlich Punkte raus. Ähm. So. Vielleicht. Hm. Brian. Du machst ein World Design hier. Machen wir's mal so. Und du musst. Ach. Da macht ja beides da. Sound. Und Grafik kann er machen. So. Und dann hauen wir zum Schluss auch nochmal was drauf. Und. Zwar jetzt. Marketing. Nochmal eine Small Campaign. Die fruchtet auch nochmal ordentlich. Und da kommen Punkte, 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 Punkte. Und wenn ich jetzt ein bisschen Glück. Haben wir auch. Ähm. Wieder eine Zehnerwertung. Eine ganze richtige Zehner. Es soll ja jetzt einfacher sein. Die Zehn zu kriegen. Die Zehn zu kriegen. Aber ob das so ist. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Der Oasis wird vom Markt genommen. Und. Finished. 191. 246. Neuer Rekord. Good Management. New Combo. Äh. Ja. Wegen. Des zweiten Genres. Okay. Soundtrack. Äh. Ja. Noch nicht. So. Erstmal. Game Report. Jo. Fallen zwei. Dann trainierst du. Hier mal. Und zwar. Don't repeat yourself. Okay. Jetzt aber. Drücken wir die Daumen. Ne. Shit. Da hab ich irgendwie nicht ganz richtig das gemacht. Schade. Das ist jetzt ein bisschen unverständlich. Also ich weiß noch nicht genau woran es liegt. Design. Müssen wir mal gucken. Bei dem Multi Genre. Da haben wir halt noch Probleme. Da wissen wir eben noch nicht alles. Das ist ätzend. Das ist ätzend. äh. Research. Better AI. Äh. Ja. Also es verkauft sich zumindest, ne? Es verkauft sich. Es verkauft sich. Es ist okay. Okay. Ich könnte Large Games mal. Medieval RPG Action. Äh. Code Gem. Pixel Cup. Large Games. Das machen wir mal. So und die trainieren wir auch nochmal. Habe ich eben gerade Time Trials. Ich weiß es nicht. So der Oasis Venner ist schon mal weg. Äh. Game Jam. Da muss alles besser werden. Am besten werden die Leute jetzt auch gleich nochmal. Gucken wir nochmal hier nach dem Topic. Mysteries by Wild West. Fallen hat über 500.000. Ist schon mal ganz okay. Aber auch nicht so wirklich, ne? Aber was haben wir? Dungeon. Oh nicht schlecht. Ich möchte hier gerade das nochmal ein bisschen abwarten. Das ähm. Endlich Racing. Jawohl. Äh. Da muss ich nochmal nachgucken. Was war das? Racing Simulation. Let's stop. Okay. Fashion. Ich hoffe so einen Scheiß machen wir nicht. Mystery. Spy. Spy. Also wir machen. Develop a new game. Medium nochmal. Topic. Äh. Nehmen wir Racing. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- näh. ich das jetzt nicht hier gerade. Moment. Ja, so ist das manchmal, wenn man nicht einfach abwarten kann. Also erstmal Medium. Topic. Racing. Simulation. Ja. Und die Plattform. Ja, also, ich denke mal, Simulation PC, ne? Gym 5. Und nehmen wir jetzt nochmal Pit Stop. Wie der Vorschlag ist. So, meine Damen und Herren, was war denn da los? Man weiß es nicht so genau. Da ist auf jeden Fall Engine wichtig, Gameplay, jo. Und Story Quest runter. Engine, da hauen wir nochmal alle dreien, was wir haben. Wir gehen in Gameplay. Ja, doch so. Ja, ist okay. Fallen ist nun vom Markt. 600.000 Mal wird verkauft. Ist traurig, irgendwie, ne? Da hatten wir echt alles reingesetzt. Okay, Jörg Longer. Neues Interview. Many readers curious about what decision? Okay. Racing Simulation game. Can you tell us? Whether such a game would usually receive more focus on Level Design. Auf jeden Fall Level Design. Also, Story und Quest ist da ja wohl richtig, richtig unwichtig. Das war da nicht so schwer. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ist die AI. Level Design können wir ein bisschen höher machen. Wer ist denn hier? Ja, das ist total so. So, hauen wir da mal rein. Marketing. Magazine. Ah, noch zu früh. Scheiße. So, World Design ist hier nicht so wichtig. Das ist hier wichtig. Simulation. Mach mal das mal so. World Design. Äh, ja. Okay. Small Campaign. Ja. Bisschen zu früh. Aber, naja. Hätte ich mal ein Large Game gemacht. Jetzt kommen da hoffentlich noch ein paar Pünktchen. Äh, wir hatten mehr Tech noch gebraucht. Warn them. Okay. 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 Quiver, T1 und T2. Sieht aus ein bisschen, ich weiß auch nicht. Team Hospital ist da auf jeden Fall. Äh, Piracy, blablabla. Some companies invest a lot of money. Äh, okay. We have gained 148 friends. Yeah, 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 yeah.